Musik Ich bin die Martina Karulle, Inhaberin der Kunststätte Fashion in Klagenfurt in der Bahnhofstraße. Wir haben hier einen Concept Store aus einem Tattoo-Studio und einem Modegeschäft. Wir sind jetzt fünf Jahre zusammen als Gemeinschaftsraum, um die Menschen in Klagenfurt ein bisschen zu verschönern. Meine persönliche Geschichte von Klagenfurt spielt sich hier in der Bahnhofstraße ab. Ich habe es als Kind geliebt, in der Bahnhofstraße mit meinen Eltern spazieren zu gehen, Auslagen zu schauen, so haben wir das damals genannt, also Window Shopping. Und ich habe mir damals immer vorgestellt, wie schön es wäre, in Klagenfurt selbst ein Geschäft zu haben und dieser Traum hat sich erfüllt. Für Klagenfurt wünsche ich mir persönlich, dass die Straßen, die wir von früher aus der Kindheit kennen, wieder zu den Einkaufsstraßen werden und dass die Menschen wieder mehr in die Innenstadt gehen und in die kleinen Geschäfte und sich dort spezielle Sachen mit speziellem Service suchen. Ich freue mich.